Leute, ihr werdet mir nicht glauben, was wir heute im Pet Simulator gemacht haben. Das ist meine erste Runde Pet Simulator. Wir haben 300 Euro für Capybara-Eier ausgegeben. Am Ende vom Video hat uns einer ein Trade angeboten. Was wir dafür bekommen haben, hat mein Kopf zum Platzen gebracht. Schaut euch das ganze Video an. Das ist mein bestes Roblox-Video. Wir gehen rein in Pet Simulator. Leute, wir sind hier im Pet Simulator. Ähm, ich muss mein Tier erstmal auswählen. Ah, ich mag die Katze, Leute, weil ich hab selber Katzen. Äh, wir nennen unsere Katze Light, so wie meine richtige Katze heißt. So, wir haben jetzt hier unser erstes Pet, würde ich jetzt mal sagen. In vier Minuten bekommen wir ein neues Geschenk und ich bin ganz neu im Pet Simulator. Wie süß unser Light einfach ist, Leute. Sieht genau wie meine Katze aus, auch so in Grau und so richtig geil. So, dann würde ich jetzt mal sagen, mein Pet fängt so langsam an, die ersten Coins zu farmen, Leute. Aber es ist leider noch nicht so gut. Wir können hier erstmal jetzt hier was aufmachen. Oh, was haben wir denn bekommen? Oh, wow, wir sind jetzt alles in die Luft gegangen hier, richtig cool. Ja, Leute, ich bin noch ein Noob im Pet Simulator. Aber das ist nicht schlimm, wir werden uns hocharbeiten. Das macht unsere Katze schon ganz gut hier. Wir haben jetzt 74 Coins und das günstigste Ei, Leute, ist 300 Coins. Okay, wir machen jetzt erstmal 300 Coins und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht Glück haben und ein neues Pet gleich kriegen oder so. Oh, ich hab gerade meine Aufnahme auf Pause gehabt. Da war gerade so ein Sack voll Gold. Einfach hier, einfach hier so ein Sack voll Gold. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was wir dann im Pet Simulator besser machen können. Ihr wisst ja, ich bin jetzt noch nicht der Beste im Pet Simulator. Aber wir können uns jetzt erstmal schon mal hier Eier beziehungsweise Eggs kaufen. Sollen wir uns so ein Goldenes holen? Ah, okay, wir gucken mal, was hier die Chance ist. Boah, so ein Goldenes wäre halt schon wild, Leute, ne? Okay, komm, wir holen uns hier so ein Goldenes. Let's go, was kriegen wir raus? Gebt mir bitte was Gutes. Und wir kriegen ein Basis-Goldenes-Chicken. Ist nicht schlecht. Ähm, Chicken ist 8%. Mal gucken, was wir nochmal kriegen, wenn wir das aufmachen. Komm schon, gib mir was Gutes. Und ein Goldenes Schwein diesmal. Und haben wir noch 3500. Machen wir auch nochmal auf, Leute. Wir haben jetzt die Challenge completed mit einem Goldenen Hasen. Okay, geil. Wir haben jetzt vier Pets immerhin. Guck mal, ey. Rocky, Penny und Locky haben wir. Boah, jetzt geht's richtig schnell. Okay, okay, okay. Wir haben schon richtig viel Fortschritt gemacht. Das ist ja geisteskrank, Leute. Das geht richtig schnell jetzt. Ey, das ist ja richtig geil. Das ist richtig befriedigend mit den ganzen Münzen, die wir jetzt hier alles einsammeln können. Wir sammeln jetzt mal kurz alles ein. Und dann würde ich sagen, machen wir einfach mal die nächste Welt gleich mal auf, Leute. So, ein Pad kann nach da gehen. Das andere nach da. Und das andere nach da. Oh, neues Geschenk. Redeem. Was haben wir bekommen? Free Gifts Mastery. Ist now Level 3. Oh Gott. Oh, einmal Ultra Lucky Boost. Okay, wir machen gleich mal neue Pets gleich auf, Leute. Wenn wir 9000 Gold haben. Vielleicht kriegen wir ja jetzt was richtig Gutes raus aus den Pets. Und wir haben den Bonus nochmal bekommen. So, jetzt haben wir wieder 9000, Leute. Wir machen jetzt nochmal den nächsten Reward hier auf. Was kriegen wir? You got one Super Lucky Boost. Perfekt. Okay, wir werden jetzt... Oh, der Super Lucky Boost ist schon activated hier. Ah, die sind schon automatisch an. Okay, wir müssen schnell mal rüber gehen. Ich würde aber sagen, wir holen uns auf jeden Fall jetzt mal so ein Hoverboard, damit wir viel, viel schneller die Sachen einsammeln können. Okay. Bam, Leute. Originaler Hoverboard ist jetzt am Start. Ja, wir sind viel, viel schneller mit dem Teil unterwegs. Sehr, sehr schön. So, bevor jetzt unsere Lucky Boosts ausgelaufen sind, müssen wir jetzt erstmal hier aufmachen. Komm, gib uns was Gutes, Leute. Wir machen hier mal das 9000 Coins. Ei auf. Und... Goldenes... Goldenes. Ich glaube, das ist nicht so gut, oder? Wir gucken jetzt mal. Ah, wir haben schon hier golden, golden. Ah, das bringt uns leider gar nichts, Leute. Aber wir können das so jetzt verstärken, damit wir jetzt nur goldene Pets haben. Jetzt bin ich gespannt, wie viel aus der Kiste rauskommt. 7300 hatten wir. Ja, 2000 haben wir jetzt bekommen dadurch. Okay, wir probieren nochmal unser Glück, Leute. Wir haben Luck-Event, Ultra-Luck. Alter, wir haben eigentlich richtig krank viel Luck. Gib uns doch mal hier dieses 0,23-Pet. Komm schon, Bro. Komm schon, Bro. Ah, 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 ah. Goldenes Chick. Oh, das ist sogar besser, Leute. Goldenes Chick hier ausrüsten. Ja, das ist sogar stärker. Was wir uns jetzt auch noch holen werden, ist auf jeden Fall ein Supermagneten. So kriegen wir automatisch alle Münzen, Leute. Wir müssen nicht die ganze Zeit überall hinlaufen. Okay, wir haben es jetzt gekauft, damit wir einfach viel, viel schneller die Coins einsammeln. Ja, ihr wisst ja, das ist immer ein bisschen blöd, wenn man überall hinlaufen muss. Neues Geschenk. Mal gucken, was wir jetzt kriegen. Und... Oh, äh, 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 59. Wir haben 100.000. Haben wir das gerade durch das Geschenkteil bekommen? Okay, ich würde sagen, äh, wir öffnen jetzt mal einfach hier die nächste Stadt oder die nächste Map. Oh, jetzt haben wir hier so eine Sand-Map, Leute. Sieht sehr cool aus. Also, ich muss sagen, Pet-Simulator macht ultra Spaß. No joke. Ultra. Und wir haben es... Boah, das hat doch Dickkohle nochmal bekommen. So, ich würde sagen, wir erweitern jetzt mal kurz unsere Pet-Slots, Leute. Wir haben jetzt mittlerweile vier Slots. Wir müssen das Ganze auf jeden Fall ein bisschen erhöhen. Okay, wir haben jetzt mittlerweile mehr Pets hier, Leute. Dann würde ich jetzt mal sagen, wichtig ist auch, dass wir uns von überall aus teleportieren können. Haben wir uns jetzt auch mal hier geholt. So, okay, wir haben jetzt 54.000. Wir können uns jetzt hier dieses Ei kaufen. Oh, Beach-Eggs, Forest-Eggs. Ich glaube, die Beach-Eggs sind ein bisschen besser. Kosten aber auch mehr. Ich würde sagen... Komm, wir öffnen mal das da hier. Mal gucken, was wir rauskriegen. Wir haben ein bisschen Glück jetzt. Und... Oh, ein seltener Goldfisch. Das ist gar nicht so schlecht, glaube ich. Ähm, tun wir natürlich ausrüsten. So, wir haben jetzt noch 19.000. Machen wir nochmal ein Ei auf. Äh, Forest-Eier. Und hier kriegen wir... Ein Basis-Raccoon. Okay, die Kiste haben wir auf jeden Fall geöffnet. Wir gehen jetzt mal weiter nach vorne, Leute. Für die nächste Welt brauchen wir 400.000 Münzen. Boah, wir können Pets fusionieren, Leute, ne? Ich glaube, wir machen das auch. Ich würde mal sagen, wir nehmen unseren Goldfisch. Die drei besten, würde ich jetzt mal sagen. Und das da hier. So, 5.000 Münzen kostet das. Achso, wir können sogar mehr nehmen. Was ist, wenn wir alle fusionieren? Ne, das ist dumm. Wir machen es mal so. Okay, mal gucken, was rauskommt. Completed, mad scientist. Okay. Ähm. Wir haben es jetzt mal gefused. Solange unsere Pets da vorne weitermachen, öffnen wir mal nochmal hier ein Ei. Okay, wir haben 85.000. Ah, ich würde sagen, wir warten, bis wir 112.000 haben. Dann können wir uns dieses krasse Ei hier holen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das Ei jetzt mal auf, Leute. Komm schon, gib uns was Gutes. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Und Bärses goldene Bär haben wir bekommen. Wo ist denn der Bär hier? Ah, hier ist er. Okay, 75. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, ich, Dummkopf, hab bei meiner Aufnahme ein bisschen verkackt, Leute. Wir sind jetzt relativ weit gekommen mit unseren Pets. Ich zeige euch mal kurz, was wir jetzt alles haben. Wir haben jetzt mittlerweile einen Fuchs, einen Gecko, einen normalen Gecko, einen Elefanten, einen blauen Fisch und, und, und. Und ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe einen Knopf gedrückt bei meiner Aufnahme, dass man mich in groß sieht. Und dann war die ganze Aufnahme einfach in groß mit meinem Gesicht. Ist aber egal. Wir werden hier auf jeden Fall weitermachen. Wir sind jetzt bis zur Sand-Ebene gekommen mittlerweile. Okay, ich würde nur sagen, wir holen uns einmal Ultralack. Weil wenn wir jetzt dieses Ei kaufen, Leute, dann müssen wir ja auf jeden Fall Glück haben. So, ist das jetzt nur eins? Warte mal, was ist denn da jetzt der Unterschied? Drei Exclusive Eggs. Okay, wir machen es. Wir machen es, Freunde. Wir haben gerade drei Exclusive Eggs gekauft. X, äh, äh, wir sind im Inventory und was haben wir bekommen? Oh, okay, okay. Äh, ja, ich will es aufmachen. Ist es jetzt gut, dass ich es aufgemacht habe oder nicht? Exklusive Rainbow. Ähm, wir haben Rainbow bekommen. Ist es gut? Ich glaube, Rainbow ist krass. Warte, jetzt sehen wir jetzt. Kein Rainbow. Ähm, okay, nochmal. Komm schon, bitte, Rainbow. Krank sieht das aus. Einen Moment. Ähm, wir machen jetzt mal unsere Katze hier weg und rüsten mal unser Rainbow aus. Aber was heißen diese Fragezeichen? Wird das sich noch zeigen, was der drauf hat, unser Pet? Oha, Digga. Okay, das bringt uns. Dieses Pet ist 75% stärker als unser stärkstes Pet und 30% mehr Coins. Ey, die Pets geben uns so viel Münzen, Leute. Die neuen, äh, dieses Rainbow sieht. Aber ihr müsstet mal in die Kommentare bitte schreiben, was dieses Fragezeichen hier heißt. Hat das keine Stärke? Also, wisst ihr, wie ich meine? Okay, wir verbessern jetzt mal unsere ganzen Pets, Leute. Wir haben ja richtig viel Diamanten. So, ich würde sagen, Pet Strength wird hoch gemacht, also Pet Stärke. Mehr Platz, Pet Speed können wir auch nochmal höher machen. Player Speed ist wichtig. Orbs Reach können wir machen. Mehr Diamanten kriegen, auch gut. Dann haben wir als nächstes nochmal Pet Speed, Pet Stärke. Ich finde halt, Pet Stärke ist wichtig, Leute. Orbs Reach nochmal hier hoch. Mehr Diamanten. So, damit unser Spieler hier ganz stark wird. Okay, beziehungsweise ganz schnell. Na, Leute, ich habe jetzt überlegt, wir holen uns nochmal hier so ein Ei. Und öffnen nochmal hier ein Capybara-Ei. Vielleicht haben wir nochmal Glück und kriegen was Gutes hier. So, wir machen es mal auf. Ich weiß nicht, ob unser Luck jetzt was bringt, ne? Schon wieder Rainbow. Krass. Rainbow, super. Okay, das wechseln wir jetzt mal mit dem da hier. Alter, wie viel Rainbow, die wir hier gerade schon kriegen. Wir haben einen Super Capybara und einen normalen Capybara. Neun Minuten geht noch unser Ultralack. Wir warten jetzt noch kurz, bis wir mehr Münzen haben. Dann kaufen wir uns nochmal ein krasses Ei. Okay, wir holen uns jetzt das für 17 Millionen, Leute. Mit Ultralack könnte es jetzt was Gutes geben. Komm schon. Golden Snow Leopard. Okay. Oh, richtig starkes Pet. 1200. Ich glaube, das ist die Stärke, Leute. Also wie gesagt, schreibt in die Kommentare immer rein, was ich besser machen kann, was was ist. Weil wie gesagt, ich bin ja noch ein Noob hier. Okay, wir öffnen jetzt nochmal hier so ein exklusives Ei. Ich will so ein Riesentier haben, Leute. So, komm schon. Vielleicht haben wir jetzt ein bisschen Glück. Wir haben noch unser Ultralack. Ich weiß nicht, ob das mit dem zusammenhängt. Komm schon. Let's go, Digga. Let's go. Gib mir einen Huge. Cyber Capybara. Schon wieder. Aber es gibt doch diese Huge-Dinger, Digga. Der soll mal gönnen. Letztes Ei kann ich hier aufmachen. Letztes Ei, Digga. Ich habe schon so viel Geld ausgegeben, Leute. Mann, macht es nicht nach. So, jetzt komm schon. Auf geht's. Gib mir einen Huge Capybara. Und? Digga, es ist echt assi. Es ist echt assi, Digga. Wir machen ein Geschenk nochmal auf. Ja, danke für den Superlucky Boost hier. Okay, Leute. Wir haben keinen Giant Capybara oder keinen Huge Capybara bekommen. Was aber nicht schlimm ist. Wir können uns die nächste Welt kaufen. Let's go. Und wir sind jetzt bei der Vulkan-Map. Oh, was ist denn das? Kriegen wir hier was kostenlos? Oh mein Gott. Oh, nee, 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 nee. Leute, wartet mal ganz kurz. Wir warten erst mal. Wir machen nochmal die Kiste fertig. Und dann machen wir diese ganz große. Alter, was ist denn diese große Chester, Digga? So haben wir, Alter. Junge, Junge, Junge. Wir haben 10 Millionen Coins einfach gerade bekommen. Leute, wie viel Leben wird? 199 Millionen Leben? 200 Millionen? Ich würde sagen, wir machen diese Kiste auf. Und dann war es das mit dem Video. Was haben wir alles in diesem Video gemacht? Neu mit Pet Simulator angefangen. Schon in dieser Welt fast 100 Euro ausgegeben. Oder haben wir 100 Euro ausgegeben? Ja, ich habe wieder ein bisschen übertrieben. Ich gebe mich damit irgendwie nicht zufrieden. Ich will tatsächlich nochmal was kaufen. Ich will dieses Huge Capybara-Pet haben. Also Leute, wir haben uns drei exklusive Eier wieder gekauft. Wir kaufen uns sechs exklusive Eier. Nee, noch nicht, noch nicht. Vielleicht ziehen wir den ja noch. Hochmut kommt von dem Hochmut. Okay, gib uns jetzt ein Huge Capybara, bitte. Bitte. Normales Capybara? Ich tick aus, Digga. Jetzt! Wird ein normales Capybara? Digga. Ey, das Teil will mich verarschen. Wir haben gerade so viele Robux ausgegeben. Warte mal, ich gucke mal nicht, dass ich schon so ein Huge Capybara habe. Nee. Cyber Capybara, Super Capybara. Nee, nee, habe ich noch nicht. Auf geht's. Komm schon jetzt, Capybara! Huge! Ey, was ist das für eine geisteskranke Verarsche gerade? Real Talk, habe ich noch meinen Ultra Lucky? Ja, habe ich. Super Lucky habe ich auch. Was soll ich noch machen? Bro. Super Capybara, ist das euer Ernst? Jetzt auf, bitte, bitte. Ja, das ist nicht normal. Jetzt nochmal. Super Capybara. Früher haben wir wenigstens noch Rainbow bekommen. Und jetzt? Digga, das ist die größte Verarsche, das Spiel. Und? Also so langsam. So langsam. Ich kaufe nochmal. Leute, das gibt es doch nicht. Das muss jetzt hier drin sein. Komm schon. Huge Capybara. Bitte, 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 bitte. Und? Digga, ich habe schon 200 Euro jetzt ausgegeben. Mindestens 200 Euro. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich ausgegeben habe jetzt. Komm, jetzt. Das ist es. Wen wollt ihr flaxen? Ey, ihr bleibt schön da. Ihr müsst da bleiben. Ihr müsst hier weitermachen. Ja, ist das so krank, ne? Komm schon. Wir setzen nochmal Triple Damage ein. Wir machen nochmal super lucky. Oh, keine Ahnung, ob das uns jetzt was bringt. So, jetzt. Auf geht's. Huge Capybara ist da. Und habe nur Rotz Capybaras bekommen, Leute. Ich wollte für euch extra einen Huge Capybara ziehen. Jetzt, letzte. Ey, das sind meine letzten Robux. Wir haben nicht mal ein Rainbow bekommen. Unser Bestes war hier diese Cyborg Capybara. Ein krankes Ei, Leute. Ein krankes Ei will ich haben. Alter, 500 Millionen kostet das. Das da vielleicht? So ein goldenes? Oder das da hier. Komm, wir öffnen das da hier. Oh, oh, oh. Der will traden. Komm, wir geben den den... Oh, okay. Da bittet mir krasse Sachen an. Capybara. Noch ein Capybara. Ähm. Das da. Noch ein Capybara. Und komm. Du kriegst von mir ein Rainbow Capybara. Für seine Sachen. Mal gucken, was er sagt. Und? Hat er getauscht? Er hat getauscht? Wir haben jetzt ein Pad für ein und zwei... Hä? Was ist das für ein Video, Digga? Digga, diese Capybaras? Hier, komm. Nee, ich hab... Bro, ich hab Capybaras schon. Ich hab... Sorry. Ich hab Capybaras schon. Ja, ja. Ich hab schon, Bro. Digga, was hat der uns gegeben, dieser Typ? Ein und... Legendary Dark Matter. Bro, was sind das für Pads? Mal gucken, wie schnell das jetzt hier geht. No joke, da... Ähm. Leute? Was ist das für... Was ist hier los? Was ist hier grad passiert? Wir haben auf einmal 15 Milliarden. Der Typ hat uns die krassesten Pads gegeben. Äh... Ich öffne jetzt mal einfach hier drei Stück von denen. Mal gucken, was wir kriegen. Okay. Äh, Leute. Ich würd sagen, ich beende mal das Video. Lasst nen Like da. Das ist das krasseste Roblox-Video, was ich jemals gemacht hab. Wir haben zwar keinen Huge Capybaras gezogen. Wir haben, glaub ich, fast 300 Euro ausgegeben. Plus, wir haben Pads bekommen, die ich noch nie gesehen hab. Ich weiß nicht, ob das krass ist. Für mich ist das krass. Wir haben auf einmal Milliarden von Coins. Ich hab heute mit Padsimulator angefangen. Haut da rein. Lasst nen Like da. Bis dann und ciao, ciao.